Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier, Monarch 24. Boah, Kaiser gibt's nur ein Premium-Abo. Dafür kannst du doch deine Brücke bauen. Aber König, König ist gratis, ist halt nur Testversion. Warum kein König für Bande? Modell Vergangenheit gegen war Zukunft. Wenn schon, wenn schon, ein auf die Zukunft. Schlecken, Schleim und Donnerschlag bann da keine Königma. König, König, komm vorbei. Meinst du, es hat geklappt? Das werden wir gleich sehen. Baaah! Wo bin ich? Schloss des Königlichen Bauners. Ich schloss... Schick, 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 sehr schick. Der König erinnert mich ein bisschen an das Klo vom Schleckerland. Und wer bin ich? Gute Frage. Unser König. König... König... U... I... Ne, Anders. Anders, Anders! Genau, ihr seid König Anders, der Erste von Wannberg, genannt der... Starke. So ist es, ihr seid König Anders, der Erste von Wannberg, genannt der Starke. Na, dann ist das dann bestimmt für mich. Genau. So, wo geht's? Na, die war aber bestimmt teuer. Die? Die? Die hat erst unser Hubschritt neu gemacht. Das Original wurde gestohlen, von irgendeiner Räulein aus München. Und wer bist du? Ich bin der Zauberer-Modeln. Oh, ein Zauberer! Also da, wo ich herkomme, da hätte ich einen Zauberer gut getroffen können. Sag mal, du kennst dich nicht zufällig mit Haushaltslöchen aus? Ja, wie gesagt, meine Damen und Herren, ich denke, ja, ich denke, das Bamberger Rathaus bietet sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten und ich denke, sein neuesten auch, goldene Einstiegsmöglichkeiten. Ja, und was machst du hier so? Meine ehemalte Aufgabe ist, das alles nun zu halb von euch wegzuhalten, so dass ihr euch auf die angenehmen Zeiten im Leben konzentrieren könnt. Ah, Referent! Und wo ist der Rest? Naja, gut. Und was macht man so als König? Was? Was ist denn belieben? Was haben wir denn sonst so gemacht den ganzen Tagen? Ah! Kennt ihr den? Wo die Blondine in der langen Straße liegt? Ah, das ist gut. Aber, Max Trieb, zur Erhaltung des Ofens, dafür gibt es doch den Ofen ab. Na, dann zeig dir mal, dass du so drauf hast. Haha! Haha! So hört, einst verspeisten zwei Karnebalen einen Hof nahm, daraufhin sagte der eine, Schmeckchen, wie komisch. Ja. Dann, dann dem. Es sagte der Melikus am Sterbebett, dein Weib gefällt mir da nicht, darauf, ihr Gatte. Wir auch nicht, aber du bist ja weit vorbei. Was sagt das Weib nach 20 Jahren Ehe, wenn es am Morgen sein Antlitz im Spiegel erblickte? Woher soll ich das wissen? Haha! Sie sagt, das geschieht ihm aber recht. Entschuldigung, eine kurze Mitreinung aus dem Kerker. Die Hexe hat gestanden. Die Hexe. Ja. Danila genannt, die Reine von Felde. Was wird hier vorgeworfen? Das übliche Pakt mit den schwarzen Mächten, Zelterei. Was auf das hat sie gestanden? Ja. Die peinlichen Fragen werden durchgeführt von unserem Folterknecht, dem Hellmutigen von der Mühle. Und was fragt der so? Fragen, Fragen? Fragen stellt er nicht gar keine. Eigentlich redet er nur. Länger als 10 Minuten hat es noch keiner ausgehalten. Das kann doch einer gewesen sein. Wer? Der Anführer der Marktleute von dieser Stadt. Klubius, genannt der Stier von der Wiese. Wer ist der größte Kulturmanager im ganzen Land? Klubius, Klubius, natürlich seit vorhin ganz oben. Habt ihr doch des Volkes Rausch zur Kultur erwogen? Du bist also Klubius. Moin Moin, äh, neues Tag. Ach was, sag doch einfach Andi zu mir. Ja, vielen Dank, Andi. Und du sag doch einfach Deutschlands Größter zu mir. Ich hab gehör'n zu mir, und wie zum Leberkäs ein Bier. Und ich weiß, der Blattier, vermess ich unseren ersten Tag. Na, 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 na. Nanananana, ist das Allesschau, die nie mehr vergeht. Wir werden wirklich ansprachen, vom Stadtteil verbliebt. Wir werden wir zu uns aufhören, wie ich baldwagen vor der Verfügung. Wir haben gleich ein Bier, alles riemen wir gemeinsam an. Na 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 na, wir marieren die Uhr der Sucht und Schalt. Na 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 na, wir sind allein, wir sind allein, wir sind allein, wir sind allein. Na 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 na, wir sind allein, wir sind allein, wir sind allein, wir sind allein, wir sind allein. Thema derุ an지가 unsere Jage Er paradigm igendem經 pets itself garst und fehlt Colon der Sucht und Zar支 fuhr und comme ein anderer자�enderredner. Sag mal, König, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen der Claudine und der Erbeinsel? Nee, sag mal. Das soll unser König sein. Paltestmasino. Er muss wieder weg. Zurück in die Zukunft. Aber er ist der König. Was willst du machen? Einen anderen wählen? Und wenn wählen, wen denn? Den? Nee. Den? Oh Gott. Die? Na. Gut, ich werde ihn wieder zurückzaubern. Das darf aber nicht schief gehen. Ich werde ihm einen Zaubertrank zubereiten, der ihn wieder zurück in die Zukunft schickt. Hol die zum Vater. Ich? Ja, natürlich du, oder glaubst du, ein Promi, Herr Gustav, sowas? Die Mischer muss genau stimmen, dass er auch im richtigen Jahr landet. Das war wohl etwas zu wenig. 영상, die zum Vater. Ja, ich werde ihm einen Zaubertrank. Ja, wir sind ein Zaubertrank. Aber im Auftrag, dass er auch immer wieder zurücknimmt. Ich glaube, wir sind jetzt ein Zaubertrank. Wir sind eine Rückstelle der Zaubertrankung. Zaubertrank 얼�, der Zaubertrankung. Spann, wenn du einen Zaubertrank kann? Ich denke, dass er vielmehr ist. Und der Zaubertrankung. Hallo, die Zaubertrankung. Ich denke, dass er vielmehr ist. Ibaro Musel! Ibaro Musel! Ibaro Musel! Das war wohl ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu viel. Bamba ist die ganze Sache! 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 Lacken! Perfekt! Mensch Cody! Die Hocksen waren aber ganz schön fett! Findest du das? Wir haben da gerade das Richtige für euch! Damit bin alles wieder gut! Na gut! Nicht gleich schnell, komm in den! Hier, was mit dir, Cody? Hopp, hopp, hopp! Hinterhole, hopp! Und was machen wir jetzt? Hat er nicht gesagt, dass er ein sauberer Gute laufen kann? Was soll das? Nicht alles in dieser Stadt hier läuft auf Anhiebe zu bleiben, was so manches aufgepeimlich bringt. Vertraut einmal, vermeiden, Stress und Sorgen! Vertraut einmal, vermeiden, Stress und Sorgen! Drum, besser ist man, pfeift und singt! Die vergessenen Leben in Bamba einer Stadt! Keine Stadt der Welt bietet für das! Und was? Bei uns, mein Kind kommt! Auf die Kosten schaut! Kommt die große Rechte und erst zum Schluss! Wenn ich so mehr Dank hab, war ich! Zeig für später ein Vergleich! Wie sehr der Arme würde gut genutzt! Wir vergessen, wie wenn man kein Fett ist! Komm' doch für den Tag und mach' ja nicht! Wir sind hier gelaufen und wir saufen in dieser Tratschefamilie. In der Wurzengasse zieht man auf der Brase, der heiter an die Hausmann grüßt. Und nicht vergessen, eben, dann vergiss ihn. Weiche Erden mit Kulturen wollen dahin. Für Wanderungserlagen zahlen sie Cottage, sich der Adler freuen, die Hände rein. Es darf nicht erinnern, die Ehrleuten mit Kindern, die Sohne, Platz und Geld, uns Lande treibt. Nie vergessen, eben, man vergisst uns. Jeden zweiten Tag, da geht es darum. Schau, wir kommen hier, den Meister zenebrieren, ein Event, das uns lohnen muss. Die Anze musizieren, das Fest erscheint die Bier, wer da zu Hause bleibt, der hat den Lust. Nie vergessen, eben, dann einfach schwarz. Keine Stadt der Welt gibt mir das. Nie vergessen, eben, dann einfach schwarz. Keine Stadt der Welt gibt mir das. Nie vergessen, eben, wenn, dann einfach ans. Deinem bisschen Leben im Alter verpasst. Wiedergessen, Leben im Alter verpasst. Ich bin ein bisschen aufgekantig mit. Vertraue ein paar Gerüten, vermeide Stress und Sorgen. Drum, besser ist man pfeift und singt. Die vergessen Leben im Alter verpasst. Keine Stadt der Welt gibt dir das. Auf die Kosten.